Hallo, ich bin der Vincent Skaiger, ich bin nordischer Kombinierer und ich freue mich riesig auf die Heim-WM, die im Winter ansteht. Oberstdorf bedeutet für mich in erster Linie Heimat natürlich. Ich bin geboren hier und wohne immer noch hier und bin hier aufgewachsen, also das ist einfach mein Daheim. Wenn man sieht, wie wir die letzten Jahre abgeschnitten haben, dann sieht man, dass hier der Wintersport gelebt wird und deswegen denke ich, dass da auch viele Zuschauer kommen werden und es eine tolle WM wird.